Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Online-Farm. So jetzt muss ich mal den ganzen Spaß hier neu einstellen. Muss ich mal kurz gucken, Thresher war... Ah ja, alles falsch. Das war 52, schieß mich tot. Ich muss gucken, Fabriken, nee, kriegst du die Felder raus. Die Felderunterbrechung war sogar 52.1. Du gehst aber hier wieder los. So, jetzt fahr ich hier. Felder gehst du mal raus. Ach man. Du wolltest unterbrechung 52.1. War das hin? Und du warst unterwegs abladen bei der Raiffeisen. Und wer jetzt hier Felder eingestellt hat, weiß ich nicht. Ich wollte mich jedenfalls ärgern. Handel. Dreifeisen. So, war eingestellt. Und jetzt gehst du wieder. Rutsch. Lösen. Weil du machst das. Du gehst auch. mmh Feld 40 habe ich nicht hin. Du bist auf der 44. 44, soo, das ist ok, einfach einstellen, geht wieder nicht. Du bist aber toll, hier war schon stehen geblieben bei dem Einfahren. Da er das vernünftig so abkippt. 44 und erstmal Pommesfabrik. So, und. So. Ich möchte es am besten einfache, nicht noch ein bisschen planlos. Ich glaube ich entweder rafte den Träger nicht oder finde ich so einen Anschluss nicht. So, dann gehts. Ah, falsch liegt. Rutsch dahin. Und jetzt keine Dienstdienst. Ist jetzt da? Ok, eventuell. Ja. Ja. Das war jetzt im Formmodus, oder? Noch ein bisschen was unten gestellt, bevor ich vorne hatte. Das war jetzt im Kitzermodus. Das war jetzt im Moment. Oh, das war's. Oh, Rutsch ist ungünstig, wollte ich mal behaupten. Wenn hier einer durch muss, haben wir ein Problem. Ich weiß nicht, ob das alles sieht, oder? Mal gucken, ob das reicht. Ob die Schranken mit auf sind. Oh, ja, ja, krass. Die Schranken sind wieder auf. Ok. So, hier haben wir aber stehen geblieben. GPS aktivieren. Automatische Kreise mit 12 Meter. Mal gucken. 90. Einschalten. Schwerlich geboren. Und wieder. Und jetzt wird weg. Schwierig geboren, das ist ja alles gewesen, mit dem Zeug. Aber der Kartoffel muss man halt dann noch ein bisschen gucken. Aber noch, ne, das kann noch ein bisschen gucken. Und los! Schön weiß gepudert. Wir gucken gleich einen Moment. Wir gucken gleich einen Moment. Und... Oh, sie haben sich wieder belieb. Abformen, verpassen. So... Ich jetzt... Ich jetzt... Ich jetzt, ich jetzt gut. Ich will jetzt raus und... Ich stürme dich wieder ein. Was ist das? Und der ist hier? Ach, ein Baum. Hier haben wir wieder mit dem Baum. Lass sich leider nicht ändern, irgendwie. Der Baum steht übrigens nicht. Der LKW ist zu hoch. Der LKW passt drunter, der andere ist halt zu hoch. So... Jetzt haben wir aber alles. Alle Klarheiten beseitigt. Da! Der Baum steht, der Baum im Kopf auf. Ja. Und dann, ich glaube, die Baum in den Augen ist, Und dann, ich glaube, die Baum erkannt ist, der Baum im Kopf ist, der Baum im Kopf mit der Nähe. Ich bin gerade am überlegen, ob ich jetzt noch vielleicht Klaufe zu früh hatte, es egal in welche Richtung er fährt. Hmm, müssen wir mal probieren. Muss ich mir aber ein Backup von den Gangs sichern ergänzen kann, obwohl ich habe es ja erneuert, das Autodrive-Ding, was ich gestern verfuscht habe, auch im Off. Ich habe mich ja wieder rumgedockt und mehr verfuscht, wie ich hingekriegt habe. So, jetzt auch noch entblasen werden, sind wir nicht da. Noch färder, wieso bin ich, senkt er hin. Oder langsam, früher schneller. Was läuft ja alles. Ich gehe mal wieder auf den Dingsbunsch rum, der Axel, der Tatra. Ich habe eine falsche Richtung Zeit. Du bist dabei beim Anschluss, das ist gut. Ah, die ist ja soweit. Ich frage, ob die Werde stimmt. Was ist denn da? Schauen wir mal einstellen. Es gibt minus eins, was er. Okay. Okay. So, geht es hier weiter. Manchmal gar nicht so einfach mit denen. Jetzt scheint es zu laufen. Und das mit dem wenigen Geld, das habe ich selber verbockt. Ich bin da schon mal wieder mit was zurückzahlen. Mit fractions werden. Ein Kredit. Serve子. Es geht mit einem Kredit. Auf jeder Lin qui macht es sein performant. Choになar, wir bekommen das Radiosame. So, wie geht es los? Vers 60,000 Euro. Zirnheimplatz, 2,000 Euro, 2,000 Euro, 3,000 Euro, 4,000 Euro? Einer Bescheid mit dem Baum. So sieht es so schnell genug aus, sieht gut aus. Hat gepasst. Und wir beten Kollegen arbeiten mit der Einbahnfahr-Freilich. Der Hoch, ja. Da muss er verfrädern eben alle. Reif sind ja die 54 und die 59 sind ja beide, die nennt man einfach reif. Mal gucken, die noch so reif sind, wenn ich sie dann in der Feldgruppe abgeerntet habe. Und was ist drauf? Die Hauptsache an der Geschichte. Mal gucken, was da drauf ist. Können wir grad speichern? So, 59. Soja, Bonny ist auf der 54 drauf. Wir haben ja Raps gehört, genau, die 54 sind soja Böhnchen drauf. Und das hellblaue Inkelloch. Die 54 könnte man sich dann nochmal krallen, wenn wir mal in den Hafen fahren. Aber ich mache jetzt erst mal Dingsbums fertig. Die Mission. Und dann nicht nur die Mission, sondern hier das Feld. Den 50. Machen wir erst mal fertig. Wo ich mich da verguckt habe. Bevor wir uns eventuell noch ein Feld mieten. Dann wäre ich eventuell noch die Nachbarwiesenmieten, die holen dort. Also Mieten, sondern hier. Mal gucken, ob sie hier noch eins auch pachten können. Die sind immer noch mal Amt und Co. zu Grasen zu machen. Mal gucken, was das Feld kostet. Er macht. So, 101. Kostenpunkt. 300. 300. 300. 1000. Jetzt müssen wir mal gucken. So, der Kalk wird weniger. Ich glaube ich musste nochmal nachschauen. Kalk. cima hier ist viel Kalk. Hmmm. Da oben waren. Ich möchte meiner Kalk. Ich habe mal wieder. Ich mache Cherniere und kalt. Ich habe ein paar Mal mehr. In der Kalk. Es kann sich nicht so weit. Ich habe hier nachher. Ich habe noch ein paar Kralk. Ich habe hier, in der Kalk. Ja, weiter geht's. Über phoenix ist nur zur Position. Und da ging es um den 80% der Lettenheimacht. Dann rast er wieder los. Das ist auch Reifeisen. Was ist denn das für Steilhang hier? So ein Bergziegelstraktorn. Aber wir haben es gleich geschafft. Die letzten Stücke müssen wir dann eventuell Freestyle machen. Aber ich denke mal vorher müssen wir nochmal Kalk holen. Aber ich denke mal wird nicht mehr diese Folge passieren mit dem Kalk und Co. Weil durch den ganzen Kampf jetzt sind wir schon wieder nah am Folgeende angekommen. Eigentlich sind wir so gut wie fertig. Aber ich mache jetzt nur das Feld hier. So weit es geht. 5% Enge. Verdammt Enge. Ich glaube nicht, dass die 8% reicht. Ich glaube es nicht, dass die 8% reichen werden. Wir gucken mal. 7% 7% 6% Wenn das ist die Arsch knappe Geschichte. 5% Die wird mehr als knapp. Aber die passt nicht aus wie die Arsch auf einmal. So. Ich glaube es nicht. Das hat komplett gepasst. Ich glaube es nicht. Jetzt wo wir immer hier sind. Den Kalksträmer kurz absetzen. So das mache ich aber jetzt zum Off. Kommen wir gleich mal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es keine Dämpfchen da. Ich bin raus. Ciao Ciao. Euer Jaso.